No doch bitte der Weltmeister freu dich doch über den Punkt freu dich doch über den Punkt haha ja ich hab's nicht kaputt haha ja Toilie ist gerade wie Sebastian Vettel, oh Vettel hat's ins Q3 geschafft Hey, hast du einen Punkt? Freu dich doch über einen Punkt. Warte mal, richtig gut und rennen. Warte mal, warte mal, richtig gut und rennen. Menschenpunkt, Heuli. Seit fünf Jahren gewinnt er jedes Rennen. Mensch, Heuli. Verdrufst du? Lanzerpunkt. Ein Janzerpunkt. P11, ist doch gut. Lass, du bist nicht letzter, was willst du denn? P11. Egal, hast du Spaß gemacht. Und Heuli freu dich über den Punkt. Also das Wochenende, das kannst du dir wirklich im Kalender einkreifen. Das kann ich mehr. Der ist eine toll-äkliche Ebene. Was? Okay, ich glaube, das ist ein Kilo.